Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Total War. Attila, ja genau, von Chris Hattings 2, dem Erbfolger LPD mit dem wunderschönen Reicher Altai und den Horse Lords, auch bekannt als Black Tesla, als der Struppi, als der Legendary Marvin, als der Egon Son und als sonst jemand. Ha, ihr Noob seid alle nicht dabei, nur wir vier. Im letzten Part wurden wir angegriffen von Kumania, das wir zurückschlagen konnten und das befindet sich momentan in einer ganz schön krassen guten Revolte, muss man schon sagen. Die sieht recht böse aus für das arme Kumania, wir haben ja aber, wenn ich mir die Einheitenzahlen angucke, ein ziemlich klar gewinnendes Kumania. Und wir wurden natürlich auch noch angegriffen von Vanyan, unseren mongolischen Nachbarn, die dann schon eine wesentlich größere Gefahr oder ein wesentlich größeres Problem darstellten, als die anderen Typen, was ein bisschen verwirrend ist, verwunderlich ist. Aber meinetwegen, dann ist es halt so. Und ja, ihr wundert euch vielleicht, falls ihr den letzten Part gut verfolgt habt, warum ich jetzt hier bin und nicht da, wo ich eigentlich den letzten Part beendet habe. Das Ganze hat so ein paar Gründe und zwar hat es einfach verdammt lange gedauert, bis ich es endlich mal schaffen konnte, die Leute so auszumanövrieren, wie ich es haben wollte. Oh Gott, unsere Söldern, die ich mir eben ausgehoben habe, kosten etwas zu viel. Deswegen habe ich das Ganze jetzt so gelassen, wie es ist. Also ich habe jetzt ein bisschen gespielt halt und darauf gewartet, dass wir endlich mal den Krieg gewinnen können. Wir haben es sogar gerade geschafft, vor unseren Gegnern in der Provinz anzukommen, in die sie flüchten. Das bedeutet, wir werden jetzt gleich eine fliehende Armee vernichten. Bam! Und sind endlich zum ersten Mal im Positiven, was den Kriegsfortschritt angeht. Jetzt werden wir nur noch ganz kurz unser restliches... Ach, natürlich landen wir mitten im Winter hier, dass unsere gesamte Armee gleich draufgehen wird. Perfekt, so. Jetzt müssen wir nur noch ganz schnell raus hier, auch wenn unsere halbe Armee dadurch draufgehen wird und wir vielleicht den Krieg doch noch verlieren. Einfach nur aus dem bloßen Grund, dass unsere halbe Armee gerade am draufgehen ist. Wuhu! Party hart. Ja, 500 Mann hier sind zu verdichten, wunderbar. Und dann möchte ich ganz gerne das Teil zurückbelagern. Bevor wir uns daran machen, dann diese letzten 2000 Mann mittlerweile schon wieder zu vernichten. Ich weiß nicht, wo die KI immer das Ganze her hat. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die KI sich Mannsstärke aus dem Nichts her cheatet. Weil ihr seht ja, was für Probleme wir eigentlich haben, damit hier die ganze Zeit Truppen bei der Stange zu halten. Dann kann ich es mir ehrlich gesagt nicht unbedingt erklären, wo die KI ihre ganzen Truppen her hat. Die hier unten haben auch schon wieder ein paar tausend... Ach Gott, sie hat um Jerusalem. Oh! Hat es geklappt mit Jerusalem? Tatsächlich hat es geklappt. Aber Jerusalem hat gerade selbst ein paar kleinere Probleme in Revolten, also... Ist nichts Festes draus geworden. Und Beirut... Ein kleines Scheichtum ist noch existent. Na gut, okay. Mal gucken, wir schauen mal, ob wir die 2000 Mann da oben besiegen können. Die natürlich es gerade so noch schaffen, hier unsere Stadt zu belagern. Also ich will noch überlegen, ob wir diesen Krieg einfach aufhören. Also ob wir einfach Weißen Frieden schließen, falls wir das können. Kann man es ja zumindest mal probieren. Ähm, die Frage ist, wann kommen die Typen an am 9. und am 10. Juli, Juni? Okay, jetzt bleiben sie da oben stehen und wir stürzen uns einfach auf sie. Ja, sie weigern sich, uns anzugreifen. Auch interessant. Jetzt marschieren sie uns entgegen. Ähm... Okay. Ich weiß nicht, ob es klappen wird. Ach, natürlich. In letzter Sekunde wird es noch einer mehr. Aber der müsste eigentlich viel später ankommen, ja. Ähm... Hier möchte wieder jemand irgendwie... Die wollen alle unsere Herzogtypen auf einmal. Ist ein bisschen komisch. Ich habe ziemlich Angst davor, das jetzt zu verlieren, hier diese Schlacht. Äh, könnt ihr hoffentlich verstehen. Ja, ich möchte gerne überspeichern. Speichern wir bitte ein bisschen schneller. Dankeschön. Okay, äh, wir können wieder einen Titel verleihen. Und zwar wieder einen Befehlshaber-Titel. Ähm... Kommen wir dich einfach rein. Du hast es einfach drauf. Wir greifen gerade die Stadt an, fällt mir auf, ne? Ähm... Morgen werden wir da. Ach du Scheiße, wir sind zu tot. Nein, wir schaffen es tatsächlich. Wow. Das hatte ich noch nie. Bei gleicher Stärke so ein Haushochgesieg. Okay. Man lernt nie aus, würde ich sagen. Ähm... Ihr bleibt erstmal hier. Besiegt dann die fliehenden Truppen. Genau so habe ich das beabsichtigt. Und wir belagern mal in der Zwischenzeit einfach knallhart, ähm... Die Hauptstadt unseres verfeindeten Kanads. Jo. Okay. Um hier ein paar Kriegspunkte rauszuhauen, damit wir nämlich... Mal gucken. Forderung erzwingen. Kriegen wir nämlich doch schon ganz schön viel Geld. Und kriegen sogar einiges an Prestige. Deswegen würde ich da gerne abwarten. Unsere Verbündeten, könnt ihr sehen, unsere Vasallen, ähm... Fügen schon ganz schön guten Schaden zu. Und sind gerade nicht dabei, die Provinz zurückzuhalten. Sondern verfolgen die fliehenden Truppen. Werden sich wahrscheinlich auch um diese Leute hier dann kümmern. Ach ne, sie kommen zu uns. Ach, ihr voll Pfeifen. Ihr sollt das doch nicht machen. Ihr sollt unser Gebiet verteidigen. Ach, wieso kann ich meinen Vasallen keine... Warum kann ich dem Typ keine Befehle erteilen? Egal. Wir verteidigen jetzt... Also wir erobern jetzt, wie gesagt, die Hauptstadt dieser Fuzzis. Und dann machen wir noch ein paar Truppen von ihnen platt. Und dann dürfte das Ganze geklappt haben. Solange sie nicht unsere Hauptstadt einnehmen. Dann haben sie nämlich das Kriegsziel belagert. Was dann die Scheiße wäre. Das heißt, wir müssen dann die beiden Provinzen zurückbelagern. Dann haben wir, glaube ich, wirklich 100%. Seht ihr, ich hab's geahnt. Sobald die hier bei uns ankommen, kriegen wir den ganzen Verschleiß. Und seht ihr, wie jetzt unsere Truppe quasi zerstört. Und vor allem könnt ihr gleich mal sehen, wie viele Truppen die Gegner einfach aus dem Nichts wieder herzaubern. Die haben einfach unendlich Mannstärke. Das ist so krank. Okay. Unsere Verbündeten, also unsere Vasallen, wie auch immer man es bezeichnen möchte, sind leider gerade so schön am Marschieren, dass sie vor uns ankommen werden. Aber wir haben es gerade noch geschafft. Okay, wundervoll. Und damit haben wir das Ding verloren. Ah, würd's gerne hier stürmen und dann hier rüber marschieren. Und unsere Hauptstadt einnehmen. Die bringt den Feinden nämlich einiges an Kriegspunkten. Leider schaffen sie es noch von uns zu entkommen. Mal wieder. In den Bergen hier möchte ich sie ungern angreifen. Aber wir können das Ding hier erstürmen. Haben wir unsere 100%, wie ich's doch geahnt habe. Und erzwingen unsere Forderungen. So, ihr blöden Säcke. Ah, das habt ihr jetzt davon. Also. Boah. Anstrengend. Axu. Ach, Axu ist das Reich, das sich gerade eben festgesetzt hat. Hier drüben. Die sind neu entstanden und haben sich direkt mal niedergelassen, wie's aussieht. Beziehungsweise wurden wahrscheinlich so entlassen, dass sie halt so rumstanden. Wir könnten jetzt hier die Invasion, die Unterwerfung machen. Würde allerdings wahrscheinlich auch Gojo wieder reinhauen. Und Gojo hat noch immer einiges an Truppen. Genauso wie... Oh, ihr habt gar nicht mal mehr so viel. Oh Gott, eure Versallen haben die ganzen Truppen. Auch gut zu wissen. Wir müssen auch noch Ratspersonen einsetzen. und mal wieder versuchen, irgendwas zu konvertieren. Aber das sieht irgendwie... nicht gerade gut aus mit dem Konvertieren hier. Tengri ist einfach zu schwach. Also wir könnten wirklich drüber nachdenken, irgendeinen anderen Glauben anzunehmen. Die Frage ist natürlich, welchen würden wir dann nehmen? Also, wir wollen euch den Krieg erklären. Welchen Kriegsgrund nehmen wir denn da? Die Oberung von Küsil oder die Oberung von Utypen? Utypen wäre 1266 und das ist auch 1266. Aber das bietet uns Küsil, bietet uns mehr Mannpower, Mannstärke. Und deswegen holen wir uns Küsil. Okay. Ach super, die Typen sind ja immer noch in unserem Gebiet. Total vergessen. Und unser kleiner Versal hier unten kommt auch mal mit dazu. Okay. Okay, die ersten sind schon mit drin. Und die nächsten? Kommt ihr mit rein? Keine Ahnung. Okay, wir versuchen es einfach mal, die paar tausend Mann hier drüben auszuschalten. Vielleicht klappt es ja. Wir können einfach mal hoffen. Wenn es nämlich klappt, dann haben wir hier schon mal... Einen schönen Teil ihrer Streitkraft ausgeschaltet. Und es klappt. Wundervoll. Wir halten die Eigenschaft tapfer. Ich glaube, die haben wir gerade eben erst verloren. Deswegen bin ich ganz zufrieden, dass wir sie wiedererlangt haben. Und wir sind natürlich im Krieg. Ja, mit Kocho. Ist natürlich auch ein Ball getreten. Frage ist, wohin marschiert ihr gerade? Nach Kocho. Okay, das heißt, ihr werdet uns wahrscheinlich in Örünke nicht mehr kriegen. Perfekt. Perfekt. Oh mein Gott, ist das perfekt gerade. Es ist Revolve. Perfekt ist das. Und vor allem ist es perfekt, dass Komani die ganze Zeit in seiner Revolte jetzt gefangen ist. Wenn die uns nochmal angreifen würden, wären wir echt am Arsch. Schau, komm her. Na, na, na. Komm. Sehr gut. Ah, das ist wirklich krass, wie schnell man von hier nach da kommt. Äh, das beeindruckt mich. Wir hätten vielleicht doch die Provinz nehmen sollen. Einfach aus dem Grund, dass wir dann taktischen Vorteil gegenüber unseren Feinden haben. Aber egal, ich würde sagen, wir belagern einfach jetzt Küsil. Bleiben da mit den 200 Mann stehen, die wir haben. Und belagern dann den Rest des Gebietes. Wohin marschiert ihr? Nach Altai. Okay, dann müssen wir gleich mal mit unseren Truppen hier umkehren. Würde ich meinen. Ausgezeichnet. Meinung hat sich verbessert. Wie sieht es aus mit den Clans? Jo, die sehen immer noch gut aus. Wo steht unser Fuzzi? In Tura. Also hier unten. Äh, gut. Das ist der richtige Clan. Bei dem muss die Meinung noch ein bisschen verbessert werden. Perfekt. Ihr macht die locker platt. Sehr gut. Was war das denn für ein Angriff? Keine Ahnung. Ähm, so. Unsere Clans lieben uns jetzt. Perfekt. Und wir haben schon mal unseren 25% Kriegsfortschritt. Und damit das Krieg ist hier belagert. Also, insofern alles in Ordnung. Alles in Bude. Jetzt noch den feindlichen Häuptling belagern hier. Ich wollte ja nicht so viel durchhalten. Ja, aushalten würde ich sagen. Okay. Und dann mal hier rüber, um deine Truppen zu vernichten. Oh, 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 oh. Was möchtest du denn? Hulegubabaya. Du wirst die Familie töten. Äh, du weißt schon, dass nichts gegen die Familie geht, oder? Niemand greift die Familie an. Kind ausbilden. Und ich würde sagen, ähm, unseren eigenen Sohn bilden wir selbst nochmal mit aus. Denn unser anderer Sohn ist inkompetent wie Sau. Entschuldigung, Mavinus, aber du bist echt... Guck dich doch mal an. Also, wirklich. Hast einen schlechten Charakter. Warte, fieser Charakter. Und wir kommen sogar noch rechtzeitig an. Wow. Dass ich das nochmal erleben darf. Bam. Gucke. Hey, warte. Was? Ach so, März. Oh Gott. Diese langen Laufwege sind echt der Hass. Die sind echt der Hass. Oh Gott. Oh, eine Widerlage. Ach, da am Norden haben wir natürlich verloren. Äh. Aber wurscht. Die Maschine ist hier rüber. Ihr wollt die Hauptstadt wahrscheinlich zurück einnehmen. Aber euch kriegen wir schon. Dann machen wir vor allem eure Verbündeten platt. Ach, du wirst wieder heiraten. Meine Tochter. Lass mal. Ich will nicht meine Tochter immer mit irgendwelchen Pfeifen verheiraten. Ich will noch mal ein paar ordentliche Leute. Würde meine Leute heiraten lassen hier. Du bist verheiratet. Du bist verheiratet. Uh, dein Gatte ist gestorben mal wieder. Ach, Mann. Der war doch so lüstern. Ach. Und was heißt einen Sohn? Was soll denn der Scheiß? Such mal nochmal einen lüsternden Typen raus. Damit die ordentlich Wiko, Wiko, Wiko machen können. Ähm. Ach, so erwachsene Kommentar gerade. Ähm. Nein, 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 nein. Sieht nicht aus, als hätten wir überhaupt irgendeinen Erwachsenen. Dann eventuell einen klugen Fuzzi. Überdurchschnittlich oder sowas. Das wäre auch ganz schön. Ja, ein Lischbla, Lischbla. Da ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was wir wollen. Nee. Alles nicht so gut, die Leute. Dann, ähm. Machen wir das mal so. Jo, du bist ganz gut. Aber du bist so maneskisch. Also nehmen wir wieder dich. Ähm. Heirat arrangieren mit dir und ihr und, ähm, matrilinear und Bäm. Viel Spaß. Jo. Natürlich ist meine Gnade legendär. Und natürlich ist mein Vorschlag an. Denn es ist mein Vorschlag und es ist meine Gnade. Bitch. Äh. Was macht ihr? Ihr rennt echt jetzt nach Küsil? Das ist ganz schön mutig, Leute. Oh, oh, oh. Das ist nicht mehr so mutig. Wo kommt ihr auf... Seht ihr das? Aus dem Nichts tauchen wir wirklich Truppen auf. Das ist ja... Das ist schon ein bisschen frech. Ja, das ist schon ganz leicht frech. Wenn wir jetzt hier weitermarschiert, hätten wir sie innerhalb von zwei Sekunden ausschalten können. Das nervt mich gerade ein bisschen. Also ich glaube, das ist ein Bug. Also ich bezweifle sehr, dass das, äh, so gedacht ist. Ich glaube, da haben sie was falsch programmiert. Oder also falsch gemacht. Dass wir hier innerhalb von... Wie viele Tagen? Vier Tagen. Rüber kommen. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Das muss man schon zugeben. Ja, ab hier rüber mit euch. Vielleicht kriegen wir sie ja am 2. September. Ist ja zum Glück überhaupt nicht weit der Weg. Und, ja, wir kriegen sie natürlich, weil sie auch nicht wegmarschiert sind. Also es ist eigentlich klar, dass wir sie kriegen. Okay. Machen wir das so. Auch wenn sie da vorher schon belagern können, bevor wir es schaffen, sie auszuschalten. Leider. Und unser Hofspitzler ist gestorben. Und hier ist noch ein Feind. Wer ist denn Sonnensäck? Sonnensäck, der schlechte Haus. Liao. Das ist der Liao, Fuzzi. Was macht denn der hier unten bei uns? Ist ja merkwürdig. Aber sie marschieren nicht. Oh, warte mal. Wann kommt die an? Am 25. Oktober. Okay, wir kriegen es noch. In der Verteidigung kriegen wir sie noch. Sehr schön. Ach du Scheiße. Und da sind wieder ein paar tausend, äh, 500 Mann, ey. Okay, ich glaube, die Belagerung dürfte dann gleich im Arsch sein. Unseres Kriegstiers. Och, nee. Ey, du hast doch uns gerade den Krieg erklärt. Was soll denn der Scheiß? Ach, dieser Kumania-Wichser. Ganz im Ernst. Wir kriegen einfach keine Kriege zu Ende, ne? Wir machen das hier zu Ende. Meinetwegen verleben wir dann Tungra, oder wie das heißt. Aber wenn ich hier die ganze Zeit gegen diesen Typen verliere, dann drehe ich noch durch. So, ja, natürlich haben wir die Schlacht verloren. Aber ich glaube, sobald wir die Provinz dann wieder eingenommen haben, dürfen wir die 100% fast haben. Vor allem, nachdem wir eure Armee vernichtet haben. Ja, und dann muss es wieder gegen den Osten gehen. Äh, Westen gehen. Wie die einfach so schnell der Truppen raushauen, ne? Meine Herren. Ich komme darauf nicht klar. Erfolgreicher Dschihad. Ja, das war irgendwie klar, dass Jerusalem sich da nicht lange halten würde. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, innerhalb eines Tages. Darüber zu rennen. Also ganz im Ernst. Warte. Ich kriege euch. Fällt mir gerade ein. Ich kriege die ja unglaublich schnell. So, perfekt. 99%. Ich glaube... Ach, ja, verdammt. Die kriegen ja den Taking War Score. Weil hier ja dieses Ding halten. Äh, aber ich glaube... Jetzt haben wir es. Wunderbar. Hammer's. Sehr gut. Endlich mal ein Gebiet. Hast uns gehört. Haha. Jo. Und dann euch noch dazugeholt. Und dann müssen wir uns leider hier verteidigen. Im Boston. Äh, ja, im Boston. Genau. Jo. Du schützt hier mal Technologie. Und ich war in der Hauptstadt von die Georgiern. Klingt nämlich 19, 20, 21. Klingt gut. Im Vergleich zu uns. Können wir unsere Kaffee verbessern? Leider nicht. Das wäre super, wenn wir unsere Kavallerie hier verbessern könnten. Schade. Ach, Mann. Naja. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, was hat Kumania vor? Das Schöne ist ja, dass sie ewig brauchen, um ihre Truppen zu uns zu bringen. Das Blöde ist halt, dann sieht es uns trotzdem, wenn wir den Krieg erklären, kann man ihren Herrscher vielleicht umbringen. Ach, verdammt. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Dürfte eigentlich nicht wissen, dass wir hierhin marschieren. Aber er weiß es natürlich, denn es ist die KI. Und die weiß immer, wo wir langmarschieren. Ja, jetzt weiß er es wieder. Er kann das gar nicht sehen. Es ist, als würden wir wissen, dass er von hier nach hier marschiert oder so. Naja. Niederlage. Ach. Hat sich eine Fitzel-Armee von den Typen, hat sich da abgesetzt. So, kommen wir wieder in drei Tagen nach unten. Das wäre zu schön. Was? Da hat sich irgendjemand, glaube ich, rein... Oh Gott. Guckt euch das mal. Oh Gott. Die Liao's mal wieder. Die Liao wollen sich durchsetzen. Gegen ihre Oberherren. Die Wajan. 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 Die unglaublich schlechten Wajan, sollte man vielleicht sagen. Schön übrigens, dass wir wieder uns drei haben. Achso, weil die haben ja eins belagert von uns da drüben. So. Ich habe euch gedeutet. Und dann würde ich euch gerne Weiße Frieden. War klar, das ist kein Weiße Frieden, aber wäre schön gewesen, Weiße Frieden. Okay. Belagern wir ihre Hauptstadt, würde ich sagen. Das andere bleibt uns ja quasi nicht übrig. Oh Gott. Zum Glück, naja, sie sind gerade mit keiner großen Armee. Kannst du freigekauft werden? Natürlich nicht. Der Typ hat einfach kein Geld. Oh, wir sind am Arsch, würde ich sagen. Müsst du da noch groß machen? Wir haben jetzt hier unsere 6000 Mann gegen ihre 14.000 Mann. Das wächst ja immer weiter an. 15.000 Mann haben sie gleich. Die kriegen keinen Verschleiß auf dem Weg nach Norden. Wo der Nachschub da 13,6.000 ist, haben sie hier keinen einzigen Tropfen Verschleiß. Können sie jetzt natürlich ein bisschen belagern lassen. Kommt natürlich auch wirklich nach ihnen an. Und da haben sie schon gewonnen, die Belagerung. Wollte ich mal sagen, wir verteidigen. Oh Gott, diese Lyx-Gavüren, ey. Ich hasse diese Lyx-Gavüren. Die marschieren einfach weg. Knallhart marschieren die weg in die entgegengesetzte Richtung. Die werden wahrscheinlich umkehren, sobald wir in der Schlacht sind. Aber statt mir einfach von Anfang an zu folgen, denken sie, mit den 10.000 Mann in der Nachbarprovinz, die sich auf meinen Herren zu bewegen. Ha, da passiert uns schon nichts. Ach bitte, ihr habt euch nicht. Also wirklich, ihr übertreibt vollkommen. Ich hasse es. Aber immerhin haben sie das Ding da unten einnehmen können. Wow, ich bin so stolz auf sie. Ach, wir sind jetzt tot. Na, kommt an. Ey, wir hätten mit diesen 6.000 Mann, hätten wir es wahrscheinlich schaffen können. Aber mit 4.000 Mann gegen doppelt so viele, mehr als doppelt so viele Leute, haben wir nicht mal den Hauch einer Chance. Ah, ich will es jetzt aber noch sehen. Komm, gib es mir. So dreckiges Kumania. Ganz im Ernst, du kannst noch mal. Das könnten wir sogar schaffen, aber die geben uns halt den Rest. Ach, jetzt kommt ihr mal. Ja, super, danke auch. Wisst ihr, leider bringt mir das nichts mehr, wenn ihr ankommt, nachdem ich schon längst besiegt wurde. Ey, ich hasse meine Vasallen gerade so sehr. Wow. Ein erbärmliches Scheißgesocks. Wir übernehmen seine Ideen natürlich, das ist klar. Du möchtest wieder unsere Tochter heiraten. Ey, sag mal, wir haben doch gerade eben... Was macht unsere Tochter denn? Die hatte schon den zweiten Ehemann verkackt. Oh, diese Frau, ey. Ich habe gerade ganz anderen Scheiß zu tun, das weißt du schon, ne? Ja, nimm den Typen. Ja, die werden sich jetzt wahrscheinlich gleich für einen Daumen mit ihren 9000 Mann uns angreifen. Versuchen wir mal einfach hier in die Berge zu marschieren. Vielleicht bringt es uns ja was. Wir leiten mal an 17.17.17. 28. Die sind alle Juli. Okay. 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 Die werden im Oktober ankommen, alter Schwede. Diese Laufwege sind echt zum Weinen. Okay, wir haben einen Verteidigungsbonus, aber sie haben einfach den Massebonus. Und ihr seht, wie sie uns wegfetzen. Die 2000 Mann da oben könnten tatsächlich einen Ausschlag geben, allerdings kommen sie halt, wie gesagt, erst im Oktober an. Ach, Mann, ey. Ich wette, ich hätte das sogar schaffen können. Ach, Mann. Uffs. Okay. Schauen wir mal. Ich habe zu spät reagiert. Bereue ich gerade. Ich hätte mit den Söltern früher rausrücken sollen. Das hätte vielleicht geholfen. Außerdem war gerade ein totaler Random-Faktor wahrscheinlich drin. Im Endeffekt hätten wir es noch geschafft. Vielleicht sogar wäre die Berechnung anders gewesen. Das Würfelglück. War nicht auf unserer Seite. Wir haben nicht genug auf das Herz der Würfel vertraut. Und wurden aus diesem Grunde vernichtet. Was natürlich ein bisschen doof ist. Aber leider nicht zu ändern. Ich sehe gerade, dass die Folge eigentlich schon vorbei ist. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen ganz kurz in den Spielstand hinein. Und, ähm. Schauen wir mal, welchen Punkt waren wir denn an der Stelle? Ach ja, genau. Ich erinnere mich. Hehe. Hä. Unglaublich. Wundervoll. Ähm. Wollen wir noch mal ganz kurz ansehen, wie wir platt gemacht werden. Dann viel Spaß dabei. Ha, jetzt kommen sie. Ach, geht. Ich dachte gerade ganz kurz. Ganz kurz habe ich gerade gedacht. Wow, das wird sogar noch was. Aber das hat ungefähr eine Sekunde gedauert. Dann waren wir dann doch tot. Aber lustigerweise, wenn wir uns jetzt die Söldner holen und uns vielleicht mal, äh, etwas riskieren. Ähm. Nehmen wir euch hier mal. Ach, wie lange braucht ihr denn? Ach so. So waren immer ziemlich viele, Mann. Das waren gerade eben noch wesentlich weniger. Nur so zur Information. Aber okay. Okay. So. Dann, äh, killt uns mal. Dankeschön. Unglaublich geiles Gefühl. Freut mich, dass ihr das machen durftet. Also habe ich gerne, habe ich euch gerne machen lassen, mich unglaublich, äh, niederzuschmeißen. Wir könnten jetzt natürlich warten, bis ihre, ähm, ähm, äh, bis ihre Truppen da sind. Das Problem ist halt, ähm, wir haben kein Geld. In zwei Monaten sind wir tot und sie brauchen ungefähr 50 Monate, bis sie bei uns sind. Äh, ja. Auch bekannt als, wir sind am Arsch. Ich mache uns jetzt einfach mal keine Ahnung, wie es klappen wird. Und, ähm, lass mich raten, wir sterben. Jupp. Sieht ungefähr genauso aus. Wundervoll. Dann hoffe ich mal, dieser Part hat euch gefallen. Wir werden im nächsten Part schauen, wie wir es machen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.